Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seid gerade auf der Suche nach einem neuen Backofen für eure Küche? Dann haben wir heute genau das richtige Video für euch. In diesem stellen wir euch drei unterschiedliche Einbau-Backöfen mit ihren Eigenschaften vor. Wir starten mit einem günstigen Modell, stellen ein Mittelklasse-Modell vor und abschließend zeigen wir euch ein Oberklasse-Modell für euren Haushalt. Weitere Details zu den Produkten findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne einmal rein. Starten wir nun aber mit dem Video und dem ersten Modell. Das günstigste Modell unseres Vergleichs ist der Einbau-Backofen von Bauknecht BAR2 und einem Fassungsvermögen von 71 Litern. Dieser überzeugt mit praktischen Funktionen wie Diamond Clean, Power Heißluft und Maxi Cooking. Diamond Clean ist das exklusive Hydrolyse-Reinigungsprogramm, das euren Backofen einzig mit der Kraft des Wasserdampfs reinigt. Bei 90 Grad werden dank der glatten Emaille-Beschichtung die Oberflächen strahlend rein und auch das Glas der Tür wird strahlenfrei sauber. Diamond Clean ist die energiesparende und umweltfreundliche Lösung, da der Dampf selbst hartnäckige Verschmutzungen ganz ohne Reinigungsmittel löst. Ihr braucht anschließend nur noch einmal kurz mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Powerheißluft bedeutet Kochen, Backen und Braten ganz ohne Vorheizen. Die innovative Heißluftfunktion macht's möglich. Sie verteilt die Heißluft von der ersten Minute an gleichmäßig im Backofen und ermöglicht sofort das gleichzeitige Zubereiten auf drei Ebenen. Das besondere Extra, verschiedene Aromen vermischen sich dabei nicht. So spart ihr Zeit und Energie und eure Gerichte gelingen perfekt. Der Backofen kommt außerdem mit der Maxi Cooking Funktion. Maxi Cooking unterstützt euch beim Garen großer Fleischstücke bis zu zweieinhalb Kilo. Mit dieser Funktion wird die Leistung von Ober- und Unterhitze besser im Backofen verteilt. So verdunstet weniger Fleischsaft und euer Braten wird außen knusprig und innen zart sowie saftig. Der Backofen hat die Energieeffizienzklasse A+. Die Nischenmaße betragen 600 Höhe, 560 Breite und 555 Tiefe. Die Länge des Kabelanschlusses beträgt 100 cm. Weitere Details findet ihr in der Videobeschreibung. Folgt dazu einfach dem ersten Link. Das Mittelklasse-Modell ist der Siemens HB578ABS0IQ500. Auch dieses Modell kann mit nützlichen Funktionen und einem Fassungsvermögen von 71 Litern tropfen. Coolstart bedeutet perfekte und schnelle Zubereitung ohne Vorheizen des Backofens. Dank Coolstart ist die Wartezeit, bis euer Backofen bereit ist, auf ein Minimum reduziert. Die Technologie verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert und euch so Zeit und Energie spart. Gebt dazu einfach die Garzeit und die Temperatur ein und startet den Backvorgang ohne langwieriges Vorheizen. Ideal für Tiefkühl- und Aufwärmegerichte. Ein weiteres Feature ist ActiveClean. Dank ActiveClean reinigt euer Backofen sich wie von selbst. Entfernt dazu einfach lose Überreste. Der Backofen erledigt den Rest. Auf Knopfdruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hoher Temperatur zur Asche. Wisch danach die Rückseite mit einem feuchten Tuch aus. So gehört die einst langwierige und mühevolle Arbeit des Ofenreinigens der Vergangenheit an. Das nächste Feature des Backofens ist Heißluft Plus. Ob Kuchen, Plätzchen oder Pizza, ob auf einem, zwei oder drei Backblechen gleichzeitig, die innovative Werbeverteilung im Backofen sorgt für eine gleichwertige Temperatur auf allen Ebenen. Mit dieser Technologie gelingt euch die Zubereitung von größeren Mengen in kurzerer Zeit. Genießt diesen bisher unbekannten Komfort und die Flexibilität, die 3D-Heißluft euch bietet. Die Energiefklasse des Backofens beträgt A. Die Masse sind 59,5 hoch, 59,4 breit und 54,8 tief. Alle weiteren Informationen findet ihr im zweiten Link der Videobeschreibung. Zu guter Letzt möchten wir euch unser Oberklasse-Modell vorstellen. Dieses ist der NEV B55CR22N0. Ähnlich wie bei den beiden Vorgängermodellen hat auch dieses Gerät zahlreiche Funktionen, die euch den Alltag erleichtern. Diese sind Slide & Height, Zirkotherm und Pyrolyse. Mit Slide & Height ist die Backofentür kein Hindernis mehr. Du willst kurz nachwürzen, aber die Backofentür erschwert den Zugang zum Inneren. Mit der Slide & Height-Funktion kann das nicht passieren. Dank der vollversenkbaren Backofentür, die stufenlos und nahezu geräuschlos im Gehäuse verschwindet, kannst du problemlos Hand anlegen, den Zustand der Gerichte überprüfen und ohne Umstände herausnehmen. Dabei schwenkt der mitdrehende Türgriff dank der Slide-Funktion und liegt immer perfekt in der Hand. Mit der Zirkotherm-Technologie lässt sich gleichzeitig ein komplettes Drei-Gänge-Menü zubereiten. Das Zirkotherm-System von NEV verfeinert das Prinzip der Heißluft. Ein zweiteiliges Lüfterrad sorgt dafür, dass die Heißluft besonders schnell bewegt wird. Dadurch werden Speisen in kürzester Zeit gleichmäßig von allen Seiten erhitzt. Innen zart, außen knusprig. Kein Problem mit Zirkotherm. Da die Oberflächen sich schnell schließen, könnt ihr Fisch und Kuchen gleichzeitig zubereiten. Vor-, Haupt- und Nachspeisen können gemeinsam in den Backofen geschoben werden. Die Aromen der Gerichte vermischen sich dabei nicht. Das Reinigungsprogramm Pyrolyse erspart zeitaufwendiges Reinigen des Backofen-Innenraums per Hand. Denn Rückstände von Speisen werden bei Temperaturen bis zu 500 Grad zur Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach mit einem Tuch weggewischt werden. Chemische Reinigungsmittel werden so ebenfalls überflüssig. Die Energieeffizienzklasse ist mit A-Plus angegeben. Die Maße betragen 59,5 hoch, 59,6 breit und 54,8 tief. Alle weiteren Details findet ihr im dritten Link der Videobeschreibung. Das war dann auch unser Vorstellungsvideo zum Thema Einbaubackölfen. Wir freuen uns über eure Fragen und Anmerkungen in den Kommentaren des Videos. Falls wir euch weiterhelfen konnten und euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald!